Ich hab immer noch kein Schwert, ey, krass. Hier, Ted! Warte hin! Hüpfer! Der schießt immer noch auf mich! Komm rein, komm rein! Ich kann nicht! Hüt ihn! Nein! Wo bist du denn? Gebt, du Schwein! Da, das ist das. Da muss ich hin, wieder. Ah, hier ist mein Rubber Sword. Dein Rubber Sword? Dein Gummischwert? Hahaha, genau. Der hat sein Gummischwert wieder gefunden. Dein Penetrator. Guck mal, er rennt hier mit dem Thaumium Sword rum. Ja, da hatte ich ja letztens einmal aus Versehen mit drauf gehauen, so aus Reflex, wo ich es hatte. Sorry. Jetzt konnte ich es ja dann auch weiter benutzen. Ah, hier ist mein Advanced Jetpack? Advanced? Ne, das müsste meins sein. Weil ich hab kein zweites aufgehoben. Doch, hier liegen zwei. Ah, okay. Der Wand of Excavation, den hattest du ja doch. Hahaha. Aber schon wieder benutzt, du Wichser. Ne, stimmt gar nicht. Doch, da ist schon die grüne... Ja, ich musste ja mal gucken, was das macht, das Ding. Toll, das kann der Wer nicht verzaubern. Hahaha. Ach nee, der war zum Verzaubern. Genau. Ich hab gedacht, das wäre der Stab, womit du da bei dir gebaut hast. Ja, war ja auch, aber ich wollte den halt verzaubern, da der ähm... Oh, da ist schon wieder ein Skelettpiller. Hahaha. Nicht weniger wird. Guck mal, hier sind deine Dinger noch. Warte. Deine Beine. Oh, die sind wieder voll, cool. Ich versuch jetzt mal zu euch zu schwirren. Äh, so. Was brauch ich denn noch? So, was hab ich denn hier? Wo ist hier? Ist hier so ein Bastard? Hier ist noch ein... Äh... Hilfe! Wieso lauf ich so komisch? Hau ab! Bin ich! Achtung, der Zwerg hinter dir. Ja, genau. Das Skelett schießt. In der anderen Richtung, als dass es guckt. Du weißt schon, dass wenn... in dem Moment, wo die Gun leer ist, ich dich töten muss, ne? Nein! Oh, ich bin fast... Nein! So, du kennst immer alle einmal gestorben. Passt doch. Hahaha. Welchen Level hattest du? Fast 30 wollte ich, glaub ich, sagen. 19. 19, okay. Ups. Ja, war ich auch, als ich hier war. Ups. Ich kann ja auch meinen Warnfiller benutzen. Wo ist die Gravity Gun? Mann, der hat ja Peter schon wieder abgegrappt, ne? Ne, ich bin voll. Hast du meine Ender-Pouch noch? Achso, hab ich ja zwei. Nehm ich mal an. Ne, ich hab nur eine. Aber hier kannst du haben. Ähm, Heiko, kannst du mal kurz die Sachen aufheben? Weil dann würden wir eben unser Inventar leer machen. Ja, ich komm grad schon. Ach ne, wir müssen das ja nur in die Ender-Pouch drücken, ne? Ja. Aber dann ist meine weg. Was? Meine Ender-Pouch. Ja, wenn du die Ender-Pouch in die Ender-Pouch legst, dann? Nein, nein, ich hatte die, glaub ich, nicht mehr aufgehoben, als ich vorhin hierher gelaufen bin und jetzt ist hier keine mehr. Ted, hinter dir ist ein Zombie, aber der greift dich irgendwie nicht an. Nö. Oh. Cool. Ich hab ne gewisse Immunität entwickelt. Hier liegt noch ein Jetpack rum. Ja, wo bist du? Also ich hab meine, ich hab mein Advanced. Kannst du mir mal die Ender-Pouch geben, Ted? Ja, warte. Ich schmeiß da auch eben gerade Kram rein. Da sind noch Eisenschuhe. Oh mein Zeug. Aber das pumpt nicht raus. Nicht? Nö. Das ist ja nix. Vielleicht leckt das grad ja nur. Das muss sein. Und hier Canvas hattest du noch, ne? Hebst das? Achso. Ja, warte, lass mal hier. Pass mal kurz auf bisschen, Peter, ja? Jo. Achso, hast du das meiste eh aufgehoben, ne? Und mehr hab ich jetzt nicht, sonst musst du nochmal hier in die Ender-Pouch gucken. Ne, passt sogar eigentlich, also. Okay. Soll ich das nicht raus? Hast du die Ender-Pouch jetzt aufgehoben, Peter? Ne. Ne, hab ich. Okay. Aber pumpt nicht raus. Ne, ich glaub, das Ding hat keine Energie. Ah, okay. Kacke. Ach man, Level 9. Dann nehm ich gleich mal einen Spawner mit und geh mal nach Hause. Ja, das wär cool. Kannst du den auch mit durchs Portal nehmen, damit? Jo. Ah, okay. Ho, ho, ho. Aber wir können doch nicht die Höllen-Kreaturen auf die Erde holen. Doch, können wir wohl. Nein, aber doch nicht die Twilight-Forest-Kreaturen. Das wär Chaos hier, ey. Wo geht's denn hier raus? Ja, sag mal. Ja, hier irgendwo an der Seite. Ah. Nehm ich mal an. Wow. Weißt du, eigentlich waren wir doch gar nicht so tief unterm Boden, ne? Ne, wir waren direkt, ich glaub, eine Stufe hoch. Mah, die Kackspinnen hier, ey. Da krieg ich doch einen Wirkreflex hier. Hör mal. Mah. Oh, wie die alle schreien, wenn man die anbrennt, diese kleinen Spinner. Mah, ah, ah. Mah, wer haut mich denn hier schon wieder jetzt? Oh, Skelett. 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 Jetzt bin ich gleich tot. Oh, tot. Mah, ey. Oh, quack, 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 quack. Wo ist denn mein latest death? Da. Oh mein Gott. Woher kommen die denn alle? Oh. Creeper verpisst dich. Hopp. So, sauber. Wird drei Fackeln an einem Spawner aufgebaut. Eliminiert den Spawner. Oh, da war ein Kaninchen. War ein Kaninchen gesehen. Cool. Geil, ne? Kaninchen. Und Widder. Schon Widder. Der hat mich voll angeguckt. Der hat mich voll, voll dumm angeglotzt. So, weißt du? Voll der Wichser so. Scheiss Widder, Junge. Pack, pack, pack. Raus hier. Boah, die Skalatsche wieder bis dahin, ne? Oh, da hört sich an, als ob die sich einen runterholen. Oh. Oh. Alter, ein Zombie mit nem Schwert. Die werden auch immer brutaler, die Wichser. Ja, krass eigentlich, dass die so ein Schwert halten können, ne? Obwohl die ja nur ne Hand haben. Wo ist, wo bin ich denn gerade gestorben hier? Wo war denn? Boah, die Höhle ist auch noch krass, ey. Aua, Mann, weißt du, du bist kaum hier unten und schon wieder hast du ein Skelett am Arsch. Das ist so ätzend. Oh. And there he is. Und irgendwie ist das immer so, wenn man stirbt, fehlt irgendwas, ne? Ja, wie bei mir jetzt gerade, die Ender-Pouch weg. Ja gut, vielleicht kann das sein, dass das passiert ist, weil ich zwei Stück aufgehoben hab, irgendwie. Bug oder so. Das ist eine gute Frage. Kann man im Wasser der Jetpack nicht benutzen oder was? Die ist allzu mild. Ich muss F drücken. Ach, ich muss F drücken. F für Advanced. Warte, ich flieg mal hier hoch. Boah, hier sind überall Diamanten. Ah, das ist natürlich besser. Oh. Ich schaff noch meine 30 Level, damit ich mir mein Schlaf vorzaubern kann. Loll. Boah, ich glaube, das dauert zu lange. Glaubst du echt, bitte? Aber die Höhle ist bald gut ausgeleuchtet. Wo hab ich denn meine... Boah, diese Skelette, ne? Ja, was ist damit? Ich flieg hier rum und die beschießen mich einfach so. Zack. Bam. Und nochmal. Ich muss mal ganz kurz die Tür aufmachen. Ich hab eine ganze Horde Monster hinter mir. So, bin ich wieder. Hallo. Hallo. Reh. Bebe. Das macht man aus Höflichkeit so, ne? Ja, genau. Der rennt immer noch mit seinem Schwert rum, der Wichser. Wer? Wer macht sowas? Das Zombie hier. Ja, dann töte den doch jetzt einfach mal. Der ist sehr gefährlich. Für die Allgemeinheit und so. Ich glaub auch und so. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ich steh hier draußen. Gammel hier so ab. Ich lass euch dann mal machen da drin. Oh, hier drin ist ja gar keiner mehr. Ich glaub der Heiko ist grad unterwegs, ne? Ich bin schon daheim. Schon angeschlossen? Mit dem Spawner? Ja, den Spawner hab ich auch schon da. Ich komm jetzt gleich wieder zurück. Sehr gut. Die Höhle wird immer ungefährlicher. Ja. Ich hab ja gleich ein Stack Fackeln drin. Ja, den nehm ich doch, ich nehm einfach schon mal ein bisschen Erz mit, ne? Oh. Wenn die Höhle ja jetzt ungefährlicher ist, dann verlasse ich mich da jetzt drauf. Ungefährlich her, ne? Ja, ja. Aber immer noch gefährlich. Ja, aber... Ich kann mich ja auch noch ein bisschen wehren, ne? Ja, okay. Aber wenn natürlich einfach immer Skelett nach Skelett nach Skelett kommt, dann wird's irgendwie schwer. Stimmt. Das werd ich meinen Flammenwerfer nochmal nehmen und hier die ganzen Viecher wegmachen, ey. Hauptsache hier liegen jetzt überall Eisenschuhe rum. Von den Zwergen, oder was? Genau. So voll die bequemen Eisenschuhe. So für die Arbeit hier so, weißt du, wenn die den ganzen Tag hier unten mal laufen noch so Eisenschuhe. Die super schwer sind. Mega abtönen so, ey. Und schon wieder ein Zombie mit dem Schwert. Ich glaub, da ist immer noch der eine. Ich hab den nicht erledigt. Maaah. Ja, ich hab ihn jetzt aber erledigt. Also wenn's der eine war, dann ist er jetzt tot. Gut. Geil, ne? Den voll abgeschlachtet. Den Wichser. Ach, Peter, willst du morgen League of Legends mitzocken? Ja, können wir machen. Wann denn? Ja, ne? Ja, ich dachte so um neun so. Ja, sollte hinhauen. Okay. Ja gut, wenn's ein bisschen später wird, dann komm ich einfach bei der nächsten Runde oder was, ne? Ja, das ist auch nicht schlimm. Nur halt früher. Nur halt früher nicht. Ja, okay. Da bin ich schon nicht da, Junge. Ah, Zombie, boah. Weißt du, die kommen immer so von oben einfach runtergefallen irgendwie. Kann's sein, dass hier noch eine Zwischendecke ist? Ja, ich glaub hier in der Luft sind auch Spawner, die ich noch nicht entdeckt hab. Ja, das glaub ich auch die ganze Zeit. Oh, mein Schwert ist jetzt kaputt. Ja, genau. Das Skelett krabbelt. Ja, sauber. Watt hin. Creeper noch hinter mir hochgegangen. Aber hast du noch überlebt soeben, ja? Oh, jetzt hab ich's gleich. Oh, nein, noch nicht. Oh. Was machst du denn da? Ich fliege jetzt gerade wieder hier. Boah. Ja, komm, lass zusammenschmeißen. Für nen riesigen Pestizidkanister. Auf jeden Fall. Per Hubschrauber über Essen verteilen lassen. Und bei dem neuen Jetpack muss ich F drücken, damit ich fliege, oder was? Ja, damit's Energie hat halt. Damit's aktiviert ist quasi. Ah. Damit du nicht immer bei jedem kleinen Sprung an die Decke gehst. Das hilft dir deine Aggression zu bewältigen, Peter. Cool. Man kann die Aggression steuern mit F. Boah, ich töte den grad mit nem Pfeil, den Zombie. Ich hab ein Schwert für dich, wenn du eins willst. Ja. Wollst du noch einen Spawner mitnehmen, Heiko? Bitte? Wollst du noch einen Spawner mitnehmen, Heiko, oder was? Ja, mach ich dann. Oh. Hab ich irgendwas zu essen? Ich hab nix zu essen. Bitte, ich hab... Ich komm grad mal zu dir. Alter, jetzt hebe ich hier die scheiß Dinge auf, weißt du? Bleib da. Ja. He, he, he. Ho, ho, ho. Das ist schon mal gut. Danke. Tada. Tada. He, he, he. So, Schwert. Aber hier kannst du richtig geil Redstone holen. Ja, hier ist relativ viel, ne? Hier räumt die ganzen Kisten gar nicht aus. Kann das sein? Ich hab noch keine gesehen. Das stimmt. Wo sind denn hier welche? Überall, an dem Fleck. Ich bin momentan auf Redstone. Ah, du kack Zwerg, verpiss dich mit deiner armen Brust, Junge. Komm, verbrennt ihr Wichser. Überall, ich guck hier grade, ich hab noch keine Kiste gesehen, ey. Ah, da ist eine. Da ist auch noch ein Zwerg. Dämlicher, blöder Zwerg. Und dann noch einer. Also, der ist jetzt grade an der Decke gespawnt, so wie das aussah für mich. Wo denn? Wo bist du? Ja, guck doch, dann siehst du doch. Ah, stimmt. An der Decke gespawnt, dann guck ich mal da oben.